Herzlich Willkommen zurück zu Stadio Valley. Ich bin die Miri und wir sind hier zurück bei unserem Hans. Ich muss jetzt erstmal den Kaktus gießen. Und ja, wir schauen uns wie immer natürlich an, was hier im Fernsehen kommt. Leben vom Land, Fischfokus, super Seegurke. Diesen seltenen Fisch kannst du nur im Ozean finden. Er kommt nur am Abend heraus und das im Sommer und Winter. Ja, der Wahrsager ist natürlich... Heute sind sie neutral, aber das ist okay. Es ist eh luau. Da passiert nicht viel. Morgen wird es wieder den ganzen Tag klar und sonnig. Es ist so traurig, Leute. Es ist einfach nur traurig. So, was haben wir denn hier? Habe deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Da bekommen wir unsere gebratenen Pilze zurück. So, und jetzt schauen wir mal auf unsere Freunde Stings. Aha. Da seht ihr, da sind jetzt zwei Herzen mehr. Bei manchen. Demeteros hatte vorher weniger. Ich glaube, es ist nur bei denen, die für die Pakete hatten, oder? Oder ist das bei allen? Ne, es scheint tatsächlich bei allen zwei Herzen zu geben, außer bei den Singles. Da nicht. Aber bei allen zwei Herzen, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Cool. Aber Penny ist wieder auf fünf Herzen runtergedroppt. Ne, die war schon immer. Ich weiß nicht, wo die war. Also bei Penny müssen wir wirklich noch was tun. Gut. Heute ist Luau. Das heißt, heute sieht der Tag ein bisschen anders aus als sonst. Wir müssen zwar unseren Hof auch versorgen, aber dann haben wir relativ bald etwas zu tun. Äh? Äh? Hallo? Jetzt. Das hier machen wir hier rein. Den Helm packe ich mal hier dazu. Dann geht wieder diese Sortiererei hier los. Da haben wir etwas Quarz bekommen. Auch schön. Hier haben wir was. Äh? Den Erdkristall habe ich, glaube ich, hier drin, ne? Ja. Gut. Oh, äh, unsere Fische wollen irgendwas. Was denn diesmal? Bringe zwei Glaswälse. Die brauchen Proteine. Also die werden immer gieriger, ne? Ähm, ja. Das hätte ich gerne. Dann würde ich gerne an meinen Melkeimer ran. Oh, jetzt sind auch alle Kühe, ähm, erwachsen, wie ich sehe. Äh. Okay. Habe ich jetzt? Ne, ich habe jetzt... Ah, ich weiß auch nicht so richtig. So, die Kühe habe ich. Dann weiter zu den Ziegen. Heute ist, glaube ich, auch Ziegentag. Ja. Was haben wir? Ziege Nummer zwei. Oh, gut. Das Schwein und das Schaf hat heute auch Wolle für uns. Ähm, würdest du jetzt bitte mal das Schaf scheren? Danke. Äh, dann ab in den Hühnerstall. Mal gucken, wie es hier aussieht. Und du glaubst gleich zwei Entenfedern heute. Feine Sache. Hä? Guten Morgen. Ach, was ein schöner Tag, oder? Als Kneipenbesitzer höre ich von allem, was in der Stadt vor sich geht. Ich erinnere mich, als du damals hierher gezogen bist. Jeder war sich ein wenig unsicher, was ihn erwartet. Ein Fremder aus der Stadt, eine unbekannte Persönlichkeit. Eine Sekunde. Ich muss kurz umrühren, aha. Sorry, ich muss diesen Topf alle fünf Minuten umrühren. Wie auch immer. Was habe ich gesagt? Ach ja. Weißt du, es ist, wie wenn man eine Soße macht. Wenn du ein neues Gewürz hinzufügst, kannst du alles ruinieren. Aber andererseits gibt es immer die Chance, dass du etwas Neues und Köstliches kreierst, richtig? Hahaha. Wir sind etwas verwirrt. Was ich versuche zu sagen ist, es ist toll, dich in der Stadt zu haben und ich betrachte dich als einen meiner guten Freunde. Juhu. Wie auch immer, ich bin gekommen, um dir etwas zu geben. Ich habe das Hinterzimmer aufgeräumt und diese alte Mini-Jukebox gefunden. Ich will, dass du sie bekommst. Dass du sie bekommst. Das ist, als würde... Habe ich gerade gesehen, dass die der sie groß geschrieben haben? Das ist ja, als würden sie die Jukebox irgendwie... Äh... Höflich zur Jukebox sein. Es ist eigentlich ein altes Do-it-yourself-Projekt von früher. Sie sind ziemlich einfach zu machen. Also nur für den Fall, dass du mehr machen willst, habe ich die Blaupausen für dich mitgebracht. Danke. Herstellung von Mini-Jukebox gelernt? Nun, ich werde nach Hause gehen. Ich muss diese Marinara wieder auf den Herd bringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, danke. Das ist jetzt passiert, weil wir den Hühnerstall verlassen haben. Alle Morgen. Und das hat er dann anscheinend als Auslöser für die Zwischensequenz gewertet. Interessant. Was der liebe Gast uns hier alles erzählt. Das ist ein Wow hat begonnen, aber wir sind noch überhaupt nicht bereit dafür. Ich muss jetzt erstmal hier meinen Käse machen. Und meine Wolle. Hier. So. Käse. 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 Ach, ich gehe mir aus dem Weg, Kuh. Ich will an meine Truhe ran, Mann. Jetzt komme ich an meine blöde Truhe nicht ran, weil diese Tiere da im Weg stehen. Das ist vielleicht doch nicht so der beste Ort für die Truhe, ne? Ständig ist was im Weg. So ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Mh, die Marmelade ist auch fertig, wie ich sehe. Das möchte ich schon auch machen. So, jetzt erst mal eins nach dem anderen. Ich werde jetzt erstmal meinen Garten gießen. Die wichtigen Dinge wie immer zuerst. Gießen geht mit der Gießkanne. Nicht mit der Sense, lieber Hans, solltest du wissen. Nach über einem Jahr auf diesem Hof. Reif ist ja nichts geworden, erfreulicherweise. Apropos, war ich eigentlich... Ich war, glaube ich, gestern... Vorgestern. Ich weiß nicht. Irgendwie war ich schon länger bei meinen Obstbäumen nicht mehr. Schlecht. Sehr schlecht. Da habe ich ein bisschen Ernte verloren. Naja, naja. Okay. Kaktusfrucht müsste eigentlich auch hier rein, glaube ich. Der Reissprost, den packen wir natürlich hier dazu. Ja, was mache ich jetzt hier in meine Fässer, in meine Einmachgläser rein? Einmachfässer sind es eigentlich, ne? Also, am nahen links ist, glaube ich, die Lachsbeere. Weil wir davon einfach am meisten haben. Interessant. Wenn ich die echte Mauskaste gedruckt halte, kann ich da ein bisschen schneller vorgehen. Das ist sehr interessant. So. Dann geht's jetzt aber los. Es ist Zeit für das Wow. Mal wieder. Achso, habe ich eigentlich Glaswälz? Habe ich sowas? Ne. Müsste ich erst fangen, ne? Werden wir jetzt mal sehen, ob das jetzt... Ob sich das... Ob die sich auch gedulden können, ne? Entenfeder verkaufe ich mal. Auch die Edelwicke. Und dann nehme ich mit... Moment. Ich nehme mit... Einen Blumenkohl. Für das Loire. Hm. Da ist wieder was. Gut, wir können ja mit dem... Mit dem Minecart quasi da einmal runterlaufen. Und wir fahren. In die Stadt. Oh Gott. Wie gleich die nächste Zwischensequenz. Ja. Das ist jetzt unser Gemeindezentrum. Ich hätte jetzt gedacht, dass er das erst am Tag danach macht. Also nach dem Luau. Aber tatsächlich. Passiert's heute. Alle feiern, dass wir endlich... Das Gemeindezentrum wieder haben. Schaut nur, wie glücklich sie alle sind. Eigentlich sollten sie jetzt alle gerade am Strand sein. Aber das Gemeindezentrum ist natürlich wichtiger. Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Hans. Aber das Gemeindezentrum hat noch nie besser ausgesehen. Du hast Pelikanen einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre dieser Stadt auszeichnen. Dem Sternentau-Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. Du erhältst Sternentau-Heldenpokal. Stimme, Grummel, Grummel. Wer ist da? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hin? Ah, Morris. Ah! Alle meine Kunden? Hier? Das ist nicht gut. Wie fühlt sich das an? Ähm. Jetzt kann ich entweder vernünftig sein. Erledigen wir das doch auf die altmodische Art. Dann würde ich gerne wissen, was das ist. Ha! Das bedeutet gar nichts. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen. Um mich um Vergebung bitten. Um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal, Morris. Es ist an der Zeit, das ein für alle Mal zu beenden. Oh, und wie schlägst du vor, das zu machen? Ha! 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 Primitiv. Wenn du zu viel Angst hast zu kämpfen, dann bring eben einen deiner Mitarbeiter mit. Oder sind alle Joja-Angestellten solche Feiglinge? Beleidige mich so viel du willst, aber wage es ja nicht, den guten Namen von Joja in den Dreck zu ziehen. Pierre! Ha! Nicht schlecht. Aber mir gibt es einen kleinen Faustkampf. Alter. Du bist sogar noch matschiger als deine Obst- und Gemüseabteilung. Und deine Schläge sind genauso wie Joja. Quantität über Qualität. Schnappt ihn euch! Gott, ist das witzig. Ey, der hat das Dach kaputt gemacht. Von Boris und seinen Joja-Markt-Fuzzis war's nie wieder gehört. Okay. Ähm, hier wollte ich gar nicht sein, Leute. Ich wollte eigentlich zum Strand. Dann nimmt man seinen Minecart, um unten da hinzugehen. Und stattdessen... Warum seid ihr alle nicht beim Luau? Ist es schon wieder vorbei, oder was? Ich dachte, es geht bis 14 Uhr. Ja, ein Glück. So, da sind wir. Ja, schauen wir in den Shop rein. Gut, das ist hauptsächlich Deko. Brauche ich nicht. Reden die mir noch dasselbe? Ja, die reden genau dasselbe wie im letzten Jahr. Also reden wir wieder nur mit Kent. Gut, dich hier zu sehen. Mehr hat er nicht zu sagen. Schade. Kann ich hier irgendwas essen? In der Brune trinken oder so? Nee. Gut, dann werden wir natürlich wieder unsere Sachen hier reinhauen. Nämlich diesmal gibt es Blumenkohl. Machen wir mit in die Suppe. Abigail. Mensch. Wie läuft's? Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Ja, ich gehe ja schon. Diese Frau eh. Hayley mag mich, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Okay. Denn halt nicht. Emily tanzt. Sie scheint nicht zu antworten. Also irgendwie hat Hans mit seinen Freundinnen nicht so das Glück, ne? Ich glaube, die anderen wichtigen den vielleicht mehr zu schätzen. Was auch immer Leines gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Schlürf. Okay, die denkt nur ans Essen. Leer. Wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Ja, in der Tat. Aber endlich mal jemanden, der sich um mein Wohlergehen hier sorgt. Penny? Was machst denn du mit Sam hier? Wir halten dieses Fest für jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bürgermeister Louis hofft, dass wir uns damit mit dem Gouverneur gutstellen können. Deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Hm. Gut. Penny ist eher neutral. Also die beste Antwort haben wir bisher von Lea bekommen. Die anderen waren irgendwie alle... Hm. Naja. Hallo, Gouverneur. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sternentautal zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Es gibt, glaube ich, nicht so viele leer stehende Häuser hier. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist für seinen alljährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Habe ich getan. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Ja. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich. Ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Ach du meine Güte, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Ja, Leute, das liegt nur an meinem Blumenkohl. Wer mag sie nicht, die Blumenkohlsuppe? Sie haben recht, sie schmeckt richtig lecker. Wundervolle Arbeit alle miteinander. Wer will mal probieren? Der Gouverneur hat nicht übertrieben. Diese Suppe ist nicht von dieser Welt. Zeit, nach Hause zu gehen. Tja, und schon ist wieder Abend. Ja, ähm ... Ein Vorteil, den das Loa auch hat, wenn man was Gutes reingemacht hat, dass alle etwas Meinung gewinnen. Das heißt, Demetrius und Caroline haben dadurch jetzt auch zehn Herzchen. Ähm ... Hayley hat auch etwas mehr bekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Die war doch bei acht, oder? Jetzt ist sie bei neun. Ja. Also, man sieht, ähm ... Das hat jetzt hierbei verschieden was gebracht. Mit Lea könnten wir jetzt tatsächlich auch was anfangen. Die ist auch schon bei acht Herzen. Maru auch. Und Penny ist jetzt bei sechs. Also, es hat bei jedem, glaube ich, ein Herzchen mehr gemacht. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Oh. Danke. Nein, jetzt habe ich das verkauern. Das wollte ich doch gar nicht. Na, naja. Jetzt ist es halt so. Ähm ... Ich würde gerne noch ne Runde Mayonnaise machen. Weil wir ja doch recht viele Eier haben. Und, äh, diese Milch werde ich in den Kühlschrank packen. Ja. Der Rest kann verkauft werden. Hier drüben ist auch etwas Trüffelöl fertig geworden. Das werde ich dann gleich nochmal hier in Auftrag geben, das Neue. So. Sehr schön. Damit ist der Tag vorbei. Oh, wir haben jetzt natürlich auch diesen Pokal, ne? Den muss ich irgendwie mal noch irgendwo platzieren. Irgendwie ausstellen. Vielleicht im Schlafzimmer so. Packe ich mal hier in die Ecke. So. Schaut alle her. Die Milch kommt in den Kühlschrank. Haben wir hier eigentlich noch Milch drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, ein bisschen was hatten wir noch. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier ein bisschen, ähm, Zutaten hinzumache. Also, ihr seht, da ist jetzt auch einiges noch drin. Ein paar Sachen muss ich noch hinzufügen. Aber, ähm, so insgesamt sieht's schon ganz gut aus. So. Ich glaub, wenn wir jetzt hier überall so viele weitere Herzchen haben, dann werden jetzt wahrscheinlich, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder mit Zwischensequenzen überhäuft werden. Das werdet ihr schon noch sehen. Gut, wir gehen schlafen. Oh ja. Uferbeit hat sich wieder richtig gelohnt. Das Trüffelöl. Die Mayonnaise. Das war auch wirklich, es ist halt auch mehr Mayonnaise geworden. Das kommt natürlich auch dazu. Und die Entenfedern sind eigentlich auch nicht verkehrt zum Verkaufen. Also, so wenig ist es nicht, was man dafür bekommt. Nicht verkehrt. Bald haben wir die 100.000. Dann können wir unser Haus fertig upgraden. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.